. 05 Kriter겠습니다. Harry vonctions! Ja, Saba. Willkommen zu Nickelodeon. Alarm! Wir sind in der Turtles-woche. Denn am Sonntag zum Beispiel ein Special um 17 Uhr. Und heute ist alles darum, das Lieblingsessen der Turtles. Und heute ist Pizzatag. Dafür haben wir uns dazu einen besonders großartigen Gast eingeladen. Herzlich willkommen. Sebastian, er ist Pizza-Akrobat. Hallo, Sebastian. Cool, dass du da bist. Du hast uns ja Teig mitgebracht. Was kann man denn damit machen? Also, ich kann ganz viele Sachen machen. Hier machen wir jetzt eine Überraschung. Das sieht aus wie eine Brezel. Nein, Brezel hat doch nichts mit Pizza zu tun. Oh, 1000 Füßler. Eindeutig. Oh, ich glaube, ich kann es erkennen. Oh, wie schön. Danke, eine Rose. Ich kann noch mehr machen. Z.B. euch mit einer Riesenpizza einwickeln. Das finde ich gut. Das sehen wir gleich. Willkommen zurück an unserem Pizzatag hier in der Turtles-Woche. Wir haben immer noch bei uns Sebastiano. Er ist Pizza-Akrobat. Und jetzt ist der große Moment gekommen. Ich werde in Pizzateig eingewickelt. Sebastiano, bist du bereit? Ja, sicher. Dann geht's los. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. So. Jetzt ist es wettig. So, ich komme zu dir. Okay. Achtung. Jetzt bin ich gespannt. Schon aufregend. So. Uh, das fühlt sich an wie eine kühle zweite Haut. Angenehm. Wow. Und was muss man, was hast du jetzt, was muss man dabei beachten? Dass der Teig nicht zerreißt. Okay. Und dann, da wird mehr die Dehnbarkeit in der Meisterschaft. Ah, okay. Die Dehnbarkeit wird hier ausgereizt. Wie schmeckt es? Wie schmeckt es? Ein bisschen salzig, aber man sagt ja, wenn es sehr salzig ist, ist der Koch verliebt. Laura Calzone. Aber im Pizzaofen dann der Salz wird dampfen. Ah, verstehe. Okay. Dann gehe ich jetzt mal in den Ofen. Willkommen zurück hier am Pizzatag. Wir haben Sebastiano bei uns. Der ist Pizza-Akrobat. Und wir haben jetzt hier eine meterlange Turtles-Spezial-Pizza, oder? Ja, die ist richtig mutiert, die Pizza. Die sollten wir vielleicht mal den Turtles schicken. So was haben die bestimmt noch nie gesehen. Das glaube ich auch. Die belegen wir auch gleich. Genau. Können wir jetzt anfangen mit Belegen, Sebastiano? Hier. Also am Ende kommen die Tomatensauce. Okay, das kann ich ja schon mal machen. Einfach. Ach, einfach. Ein Stück. Ein bisschen da, ein bisschen da. Okay. Du hast ja als Pizza-Akrobat auch schon an richtigen Meisterschaften teilgenommen. Worum geht es denn da? Was gibt es da für Disziplin? Also es gibt außer dem Pizzageschmack, dann gibt es auch als Disziplin der schnellste Pizzabäcker. Dann wäre die größte Pizza-Wirbelt und der Freestyle. Das ist so eine Spezialität. Ich zeige euch was. Oh ja, toll. Die größte Pizza haben wir ja vorhin auch schon gesehen. Mein Umhang ist jetzt bei 350 Grad. Wow. Bei 350 Grad im Ofen, da wollte ich nicht mit rein gehen. Wahnsinn. Nicht schlecht. Während Sebastiano wirbelt, kann ich ja hier Käse naschen. Keine Schicksal. Genau. Und ich habe hier schon mal Turtles-Brillen, die ich rauflege und ein paar Splinter. Nicht schlecht. Wie lange braucht man, um sowas zu lernen? Also ich habe gebraucht ungefähr einen Monat, habe ich aber täglich geübt. Okay, alles klar. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder nicht vergessen. Am Donnerstag gibt es den großen Feiertags-Marathon von die Thundermans. Um 37 geht's los. So, Sebastiano hat uns hier eine richtige Turtle-Pizza gemacht. Vielen Dank dafür. Und meine letzte Frage ist, wenn ich nicht so eine Gummipizza zum Üben habe, womit kann ich das sonst noch üben? Zu Hause mit einer Lappe. Einfach nass machen, ein bisschen trocknen und dann der richtige Gewicht zum Üben. Sebastiano, vielen, vielen Dank, dass du den ganzen Tag bei uns warst. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Und wir sehen uns morgen wieder und dann zeigen wir euch, wie viel Turtle in uns steckt. Kirby ist mega hungrig. Ein saugstarkes Abenteuer. Mit atemberaubenden Fähigkeiten und delikat...